Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und in welcher Alterskategorie bewegst du dich im Moment, darf ich das fragen? Ich bin 70 plus. Glückwunsch! So, die wiegen im endlichen Bereich bitte Aufstellung nehmen zum Wiegenwechsel. Achtung, Wiegenwechsel. Wiegenwechsel. Und jetzt ein Applaus wir uns doch. Genau, wie kann es leider. Untertitelung des ZDF, 2020 mit Elodie Lanzi. Leiter in meinem Lauf Filia Gain-Harten Nummer 28 Charles Fischer Barca Aparaki Nummer 8 Peter Omeckens Ursula, wir haben gesehen eine Wettkampfgebung aus welcher Klasse? AK 65 bis 69 Und dann gibt es nach Freiburg im Sommer, im Herbst ein weiteres Großereignis, was wird das sein? Ein internationaler Kampf, ein Mehrkampf gegen vier Länder Dein erster großer internationaler Kampf? Ich war das erste Mal am Start Hat so lange gedauert Gutes geliebt Dankeschön